Willkommen zurück zu Europa Universales Fear, Art of War, die wohl Frieden, sonst noch zu wenig. Ja, wir sind im Krieg, mit Pillepalle, das ist egal, aber hier mit Österreich, das kann Aquilea, Aquilea. Ja, zum Glück haben wir im Vorfeld für Bühne gesorgt und Aragon, Sizilien und Bayern sind bei uns, wobei die Bayern erstmal leiden müssen, wenn sie von den Österreichern fertig gemacht werden. So. Und so wie ich das sehe, flüchten die jetzt alle, müssen sie flüchten, wenn die bösen Österreicher hinterher kommen. Müssen wir da jetzt auch einschreiten und ja auch wieder ab, die Österreicher. Was ich gut finde. Sollten sie nicht sich Isrin schnappen. Oh, was machen die blöden Bayern jetzt. Na ja, was haben wir hier, der Ballenaufstand, äh... Wollen wir da irgendwas machen? Nein, auch alles im grünen Bereich. Wollen wir uns einen Temperater zulegen? Ja. Ja. Den gönnen wir uns jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Haben wir noch 3 plus. Jeden Monat. Zack. Jetzt kommen die wieder. Und ballern gegen Aragon. Da haben wir keine Chance, dann bleiben wir hier. Ja, bleiben wir hier und gucken zu, wie die abgestartet werden. Das ist traurig. Können wir aber nichts machen. Dauert hier ewig. Das doof ist nur, dass eben... Ferrara... ...die durchlassen wird. Ja. Wir sind hier nicht sicher. Kannst du mal sehen. Ah, die sind bald weg. Und dann? Was macht dann Österreich? Puh, die sind einfach echt zu stark. Die sind viel zu stark. Das macht null... Null Laune. Wollen wir mal die ein bisschen besänftigen? Geht nicht, ne? Komm, Ungarn. Hau rein. Mach was. Oh, verdammt, die kommen. Jetzt kommt Österreich. Jetzt kommt Österreich. Ich krieg Schiss. Da. Wo gehen die hin? Ferrara. Lagern uns. Das ist ja okay. Lass sie ja nicht vermeiden. Okay. Jetzt kommen 16 Sizilianer und... Oh, 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 oh. Wo gehen die alle hin? So, abgerufen. Okay. Wo gehen die alle hin? Frage ich mich. Ganz im Ernst. Das frage ich mich. Wisst ihr was? Ich muss abhauen. Ich muss vor dem heranrückenden Österreicher tatsächlich abhauen. Beschämend. Oh, das ist traurig. Dann lieber Geld weg. So. Ja. Jetzt sind wir hier. Vereinigen wir uns. Und die gehen jetzt darüber. Dann gehen wir auch darüber. Oh je, oh je, oh je. Ich ahne Schlimmes. Was ist hier für ein... ein Schnicki-Schnacki? Können wir hier irgendwo... Ja. Ja, folgen denen es einfach. Die drei sind fertig, ne? Bisschen leichte Beute. Akzeptieren. Noch sind wir am... ...gewinn. Aber Eindriebsgeld mal weniger. Immerhin. Zack, schon mindestens 10%. Ja. Hallo? Warum trägt es hier bloß mit 7 an? Warum hilfst du den nicht? Bist du für ein beschissener Fightling? Boah, das ist so traurig. So billig. Mist, 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 Mist. Was gibt es hier? Futter, steht wer? Okay. Futter moral. Jawohl. Das ist gut. Rebellenabstand ist nicht gut. Wollen wir das steigern hier? 1, 2 ist okay. Okay. Geht mir jetzt rüber. 8 gegen 23. Ganz ehrlich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aragorn bleibt, wo es ist. Zack. Da ist. Boah. Deren Moral ist unglaublich. Taktik sowieso. Wie warst du schon? Schon mal schon Geschichte? Hervorragend, hervorragend. So. Gleich mal. Na? Für weitere. Pfff. Das ist bitter. Wartend jetzt gebracht. So zieht es doch aus. Ja, und jetzt? 16 gegen 10. 15 gegen 10. 14 gegen 10. 14 gegen 9. 13 gegen 9. Das gewinnt Österreich. Da wette ich alles. 14 gegen 8. Ja. Das ist eine andere Liga. Da hat Aragorn so keine Chance. Waren die abgelenkt? Nein. Die könnten eigentlich volle Kanne Gas geben und alles herschicken, was sie haben. Mist. Mistikowski. Das gefällt mir nicht. Das 1x1 der Kriegführung. Böhmen schleckt sich wieder mit irgendwelchen Pappenasen rum. Was uns Polen nicht geholfen hat, ist schon bitter. Diplomatische Offensive nennt man sowas. Serbien. Serbien. Da darf ich jetzt nichts zu brauchen, ne? Die mögen das auch nicht. Okay. So. Massaker. Ein Massaker. Das ist ja mit 2 Regimentern. Was soll das? Aragorn. Ich bin enttäuscht. Clever. Was anderes. Tatjuta. Tatjuta. Ja. Stehen wir jetzt 16 vor unserer Haustür. Können wir nichts machen. Das ist so irgendwie aus dem Hintergrund eine 30 Mann starke Armee von Wargon auftauchen. Unter 30 Regimentern. Das wäre ein Game Changer. Das wäre toll. Und was macht hier Sizilien? Hauen wir uns hier rum. Gefällt mir nicht. Das bringt nichts. Hier haben wir 3 Regimentern aufzutauchen. Mit 9 auch nicht. Verdammte Scheiße. Aquilea mit 10. Wo kommt die jetzt her? Da haben wir keine Chance. Da brauchen wir nicht einzugreifen. Nicht wahr. Traurig aber wahr. Und auch hier. Der Gegner ist zu stark. Der Baum geht jetzt erst los. Die 8. Komm. Was soll's. Gehen wir rüber. Gehen wir rüber. Versuchen wir zu retten, was zu retten ist. lasst uns nicht. Lasst uns nicht kampflos aufgeben. Aragorn. Aragorn, wo bist du? Boah. Gegen 21 zu 10. Bittere, bittere Niederlage. Jetzt schon minus 17. Jo. Wie sieht's aus? In Böhmen. Wir kriegen sowas auf die Mütze, sind im Plus, ganz kräftig. Das ist hier Packnassenheini, einen Anwalt, zwei Baume, also bauen wir noch einen Hütter. Das sind hier, ja, wir füllen den, was auch immer die vorhaben. Freiland mag uns nicht, ne? Schade, irgendwie. So, jetzt kommt das Kana zurück mit zehn Regimentern. Oder fünf? Zur See sind wir absolut dominant. Wollt ihr Frieden, vielleicht? Wir treten Treviso ab. Das gehört sowieso. Äh, nicht uns. Dürfen wir das abtreten? Camprovinz, äh, Vergara. Nürnberg. Dramatien. Alles, was geht, geben wir ab. Alles. Wir werden sogar basal. Reparation und, 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 und. Nein. Mag er nicht. Bayern verabschiedet sich. Dankeschön. Vielen Dank, treuer Verreiter. Wir haben 19. Nekromenzal. Wollten wir das? Ja, wir wollten das. So. Puh. Tja, wir haben gelagert, ne? Wir werden belagert. Wir haben 300.000. Noch keine Chance gegen die fünf. Die sieben werden. Ja. Wollt man die angreifen, kommen die rüber. Ja. Jo, jetzt kommen die 20. Von Österreich. Die sich in Bayern erholt haben. Wie sieht's aus, Jungs? Eigentlich die was machen. Gerade kein Krieg, aber wir sind sowas. Gut. Darf ich die wechseln? Darf ich die nicht wechseln, ne? Ergebungsform. Also. Hat nichts gebracht. Ähm, Moment. Wo kommen die drei eigentlich jetzt her? Hier. Hat etwa, ähm, Sizilien Frieden geschlossen? Ne, oder? Weiterhin dabei. Aragon, Sizilien. Warum, warum, warum? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Warum darf ich hier nicht rein? Nein. Was ist los? Äh, die sind doch... Hallo? Die sind doch... Keine Verbände da? Hm. Ich bin perplex. Reingucken. Verbändespartner? Ja. Äh... Nein? Äh, doch. Gut. Und... Abhauen. Oh je. Weil hier noch ein Aragon zusammen sind. Verstehe ich mit Aragon. Es kommt mit 25. Puh. Puh, 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 puh. Das lösen wir auf. Und wir sagen... Au rüber. Ich will nicht sterben. Nicht so schnell. Und ich hab schlachten lassen. Hallo. Zunächst hin. Darf hier rüber? Nein. Okay. Gut. Wir sind doch sterben. Und ihr schaut zu. Und ihr schaut zu. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Sitzt hier und schaut zu. Wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren. Tja. und Verbündnispartner waren chancenlos in Österreich. Was auch nicht so verräterisch war. Müssen wir zugeben. Ja, er hat verloren. Ja, haut ab. Das ist auch gut. Dann ist er nicht ganz verschwunden. Tja. Jetzt seid ihr euch dran. Sicilianer. Verstecken konntet ihr euch nicht. So. 16 gegen 7. 20 gegen 6. So, hervorragend. Wir sind da. Tavitra. 2 und 6. Kommt, kommt, kommt. Tja, leider dafür ist er recht durch. Sonst wäre das hier besser geworden. Da 4 ist recht durch. 3 und 6. Nein. Seht ihr. Dürften wir die angreifen? Ja, das dürften wir. Warum mögen die uns nicht? Das ist toll. Das ist traurig. 2 und 6. Warum redet ihr jetzt in einmal derben? 12 gegen 6. 12 gegen 6. 3 gegen 6. Wir werden nicht dahin laufen, das bringt nichts. So, wo geht er? Nach Modena. Dann machen wir das doch. Mist. Nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Helfenhaft, helfenhaft, helfenhaft. Na gut. Wohin laufen wir eigentlich? Da ist es auch schön in Krakau. Warum nicht mal nach Krakau? Mensch. Da wollte ich schon immer mal hin. Warum greift eigentlich jemand Österreich an? Wir haben nichts zum Angreifen hier. Auf dem Meerweg, ne? Toskana, Aquilea. Da ist nichts. 8000. 8000. Sauber. Das bauen wir hier. Wir bauen einen Ritter. Dann würde ich sagen, bauen wir noch 3 Regimenter. Geld haben wir genügend zum Glück. So, und du bist da. Musst erstmal bleiben. Fürchte ich. Puh. Kannst du vielleicht hier rüber? So. Dürfen wir. Dürfen wir. Dürfen wir. Dürfen wir. Dürfen wir nicht. Musst du hier bleiben. Jetzt haben wir glaube ich unsere grammatischen Grenzwerte ausgereizt. Stimmt's? Juppie. Wo steht das eigentlich hier? Unser Land. 5 von 5. Ja. Ich hätte es bekommen von Albanien. Warum meine ich das? Ist ja witzig. So. Letzter Monat. 15. Ich fand das. Könnte schlimmer sein. Wollt ihr vielleicht Geld? Wollt ihr vielleicht viel Geld? Okay. Wollt ihr vielleicht viel Geld? Zack. Wollt ihr das? Das. Und das. Und wollt ihr Geld? Die wollen ja nicht lobern. Das ist hier. Kriegsziel? Im Ernst? Ja. Kriegsziel. Das könnt ihr. mir so was von vergessen. Das wird dann noch ein langer Krieg für euch. Das könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir so was von glauben. So. Dann werde ich mal die 4 Schiffe hier her lassen. Militärisch. Jawoll. Tja. Wie viel dürfen wir bleiben? 34. Ja. Das. Langt. Genügt. So. Ihr seid da. Ihr halbiert euch. Dann geht's hier drauf. Dann geht's hier drauf. Ah, dann geht's hier drauf. So. Was ist das für ein Ding? Ruf nach Frieden? Äh, Moment. Moment. Heißt das etwa, ich muss hier was machen? Mach ich doch gerne. So. Ruf nach Frieden. Was für ein lächerliches Fähnchen. Ruf nach Frieden. Dann können ja jeder kommen. So. So geht das. Ups. Wir überzogen. Ups. Ja. Wir sind voll dabei. Wir sind immer am verlieren. Aber das ist ja nichts Neues für uns. Ich hoffe ihr bleibt dabei. Trotzdem. Vielleicht gerade deswegen. Ihr Sudisten. Bis zum nächsten Mal. Euer Nebulon.